Leo, was hast du? Ich hatte vor längerem mal eine App gepickt, mit der man sich per Finger eine Route planen kann. Basti benutzt sie, glaube ich, noch und mir fällt der Name schon wieder nicht ein. Ich picke heute eine andere App, die etwas Ähnliches macht. Der Name ist MapOut. Das ist auch eine iPhone und iPad App. Die dir eine OpenStreetMap-basierte Karten bietet und diese Karten kannst du runterladen. Du musst sie sogar runterladen, wenn du die Detailansichten verwenden willst. Die Übersicht kannst du auch so zugreifen, aber sobald du dann reinzoomst, brauchst du praktisch den Download. Die ist recht sparsam. Du kannst auch größere Abschnitte immer so in kleinen Teils, also kleinen Kachelartigen Formen, kannst du auch größere Abschnitte dir zusammenstellen, die erstaunlich wenig Speicherplatz verbrauchen, auch so im Vergleich mit anderen Karten-Apps, mit typischen Karten-Apps, mit denen du auch Zeug runterlässt. Und breiten die Daten sehr schön auf. Die Karte sieht wirklich gut aus. Das ist eine sehr angenehme Kartenansicht, finde ich. Es ist fürs Auge angenehm, sich darin zu bewegen. Und auch hier hast du eben dann die Möglichkeit, deine geplante Tour oder eine mögliche Tour mit dem Finger einfach einzuzeichnen. Und du musst nicht dringend zeichnen, also du kannst auch einfach mit dem Finger an den Startpunkt festlegen und dann die nächsten Punkte einfach an den Punkt tippen, den du als nächstes ansteuern willst. Und die wird dann automatisch für die App gelegt, aber du kannst eben die Strecke auch mit dem Finger ja wirklich malen. Und auch geht dann automatisch natürlich an den Weg ran. Also du wirst nicht einfach planlos dann drüber gezeichnet, sondern die schnappst sozusagen an den entsprechenden Weg. Und du kannst vor allem auch einfach dann im Nachhinein jeglichen Punkt oder jeglichen Streckenabschnitt nochmal einfach nachmalen, wenn du etwas verändern möchtest. Was erstaunlich gut funktioniert, weil ich mir nicht gedacht hätte, dass gerade die Korrektur so leicht von der Hand geht. Weil ich meine, du malst dann auf einer Strecke, die schon besteht, malst du nochmal drunter oder malst einen anderen Schlenker rein. Aber da ist die App erstaunlich clever, was das angeht. Und zumindest war meine Erfahrung da ziemlich positiv. Und du hast so ein paar Overlays, die du dir einblenden kannst, also was halt Fahrradwege angeht und Wanderungs-, Wanderwege. Und ich glaube, öffentliche Verkehrsmittel sind, glaube ich, noch dabei. Also so typisches Zeug, was OpenStreetMap eben auch hat, kannst du dir da auch noch einblenden oder ausblenden, wenn du es denn entsprechend brauchst, weil meistens braucht man ja nicht alles auf einmal, sondern eben nur einzelne Sachen davon, zum Beispiel eben Wanderwege. Und kann die dann auch einfach natürlich eben nachmalen, wenn man sich dann die Strecke anwählen will. Kann auch GPX-Dateien aus irgendeinem anderen Dienst importieren und dann auch weiter bearbeiten, auch weiter malen oder anpassen, eben nach eigenem Bedürfnis. Und zu sehr unabhängig davon hat die App noch eine ganz nette 3D-Ansicht, die funktioniert so ein bisschen wie ein Relief. Also man schaltet in so einen speziellen 3D-Modus und kann dann das iPhone praktisch kippen und gewinnt dann einen ganz lustigen Eindruck von der Höhenverteilung. Also hier dieses Höhenprofil ist ja ein bisschen abgefahren, oder? Wo du so über so einen Berg irgendwie deine zwei Finger hältst und der sagt ja, wie das Höhenprofil zwischen deinen zwei Fingern ist. Ah ja, das ist noch so eine Besonderheit, die du auch noch zusätzlich hast, um halt schon vorher mal zu prüfen, was da los ist. Aber dieser 3D-Modus, der funktioniert unabhängig von der Planung so, dass du halt einfach schon mal anschauen kannst. Du siehst halt die vorher schon gezeichneten Routen, kannst du da drauf dann sehen. Aber der 3D-Modus zeigt dir halt wirklich die, zeigt dir nochmal eine sehr plastische, eine sehr plastische Version dieser Karte, wenn du wirklich eine Vorstellung bekommst. Eine bessere Vorstellung als halt eine klassische zweidimensionale Karte, wie halt die Höhenunterschiede sind. Mhm, sieht gut aus, kostet ein Fünfer. Ja. Plus 50 Cent jetzt. Ja, genau, 55. Und sieht aber sehr nett aus. Also allgemein, was man da mit OpenStreetMap rausholen kann, ist, glaube ich, ziemlich noch unterabgedeckt. Da ist viel, ja. Da geht noch mehr. Ja, ja. Also das ist, es ist auch wirklich faszinierend, wenn du siehst, dass, also ich meine, erstens, wie viele Karten, also ich meine, OpenStreetMap ist ja allgegenwärtig in den Karten-Apps natürlich, weil diese wichtige, so dermaßen wichtige Bildung inzwischen. Und zumindest jetzt auch in Deutschland, die Abdeckung ja, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber in Deutschland ist die Abdeckung von OpenStreetMap, zumindest in den Regionen, in denen ich mich bewegt habe und mal geschaut habe, also die ich kenne, wo ich weiß, wie es ungefähr ist, ist wirklich faszinierend. Also da sind bis, manchmal wirklich bis ins kleinste Detail, also auch was, vor allem was kleinste Mini-Trampelpfade angeht, ist ja echt fast alles verzeichnet, das ist schon faszinierend. Und dann aber eben diese unterschiedliche Aufbereitung zu sehen, ist natürlich auch faszinierend, weil jeder, jeder Anbieter ja was anderes mit diesem Basismaterial macht. Ich meine, die Straßen sind natürlich alle ungefähr idealerweise an derselben Stelle, aber wie das natürlich dargestellt wird und dann das drumherum gemacht ist und was du halt sonst, wie du dich durch die Karte bewegst und mit der Karte, ja, arbeitest, das ist so, so dermaßen grundverschieden bei den, bei den unterschiedlichen Apps, die es so gibt und gibt es ja echt einige inzwischen. Ja, also da ist, da ist MapOut, finde ich, auch wirklich, wirklich gut geworden.